Willkommen zu einem weiteren Video von Forza Horizon 5. In dem Video geht es jetzt hier um die Fotoherausforderungen und um die Sammelobjekte. Das mache ich jetzt alles in einem Video. Ich bin schon... Ich freue mich schon drauf, es in den neuen Saisonveranstaltungen mit dem Sturm aufzunehmen. Nein, Moment. Ich freue mich drauf, dir dabei zuzusehen. Ja. Ich bin schon da. So, das ist hier. Man braucht den Toyota 2020er Supra. Und das Gebäude da vorne ist es. Ich zeige es jetzt hier auch nochmal auf der Karte. So, das ist hier. So, da ist ja das Festival. Und einfach ein Stück weiter. Hier ist es. Ja, das sollte dann auch gleich funktionieren. Und ein Foto machen. Und dann hat man es auch schon geschafft. So, jetzt kommen noch die Sammelobjekte. Ja, verlassen. Leider steht da nicht, wo man die findet. Ja. 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 Das sieht mir aber nach dem Bild sehr nach dem Festival aus. Und da hinten, glaube ich, habe ich schon einen gesehen. Ja, genau hier. Ja. Hier, das ist an dem Festival. Da ist eine. Vielleicht sind sie auch überall in der ganzen Welt. Da ist eine. Ach, hier, wie schön. Oh, den habe ich verpasst. Alles schön in einer Reihe. Alles schön in einer Reihe. Da auch noch. Wie viele hier sind. Also hier kommen keine mehr. Dann wird es nur an dem Festivalgelände sein. Ja, dann habe ich auch das geschafft. Das war es dann schon wieder mit dem Video. Leider keine Schatzsuche. Leider, leider keine. Aber nächste Woche habe ich gesehen. Da gibt es wieder eine. So, das war es dann mit dem Video. Könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder ein Abo. Da ich das ja immer wieder mache. Und dann bis zum nächsten Mal.